Alter! Dies ist defeated Drei, Drei Eins Hauseiei Hey heiße Bier! Die Fräse! Ui! Das ist hart! Das ist hart! Das ist hart! Das ist hart! Also Freunde, ihr seht schon heute blingd hier an der Brisbane blingd hier am Neck Und blinkt an den Ears, an den Ohrringen tatsächlich Ich hab die Ohrringen jetzt, Freunde Ich wurde grad schon als Miguel Pablo erkannt Ich bin aber nicht Miguel Pablo Deswegen, Freunde, jetzt noch die Ohrringen drin Ich fand's fresh Auf jeden Fall werd ich noch größere reinmachen Also größere Diamanten, weil ich hab auch einen großen Schwanz Deswegen passt das dann auch dem Entschwächten, würd ich mal sagen Und heute ist Nora auch am Start Erstmal was gedacht? Guten Tag Merhaba Hey, yo, still over gang gangster Was gedacht? Freunde, willkommen zu einem schönen anderen Video auf dem Kanal Leute, heute ist noch ein neues Video mit Noooora Und mit mir Ich bin ein Tier Shut the fuck up Freunde, wie ihr wisst, ist Nora meine kleine Schwester Und wir haben ja schon viele Videos gemeinsam gedreht Letztes Mal haben wir ein Video gedreht, wo ich ihre Instagram die Ends gelesen habe, Freunde Und wir haben gesagt, bei 7000 Likes gibt's einen Teil 2 Heute gibt es in der Tat ein nächstes Video Aber nicht genau dasselbe Nee, ich würd's heute noch krasser freuen Deswegen würd ich auch heute 10.000 Likes sehen Aber wenn ihr wisst schon, Alter, wenn ich schnell rede Stich deine Zahnschweine die ganze Zeit rein Heute wird's wirklich vorbei Endschuldigung, vorbei Heute darf ich Novas Handy stalken Ich darf, ich darf, ihr gute Deutsch Ja, ja Tadaa Hier ist es auch, Freunde Das ist einfach, was ich Novas gekauft habe, Leute Und weil ich es ja gekauft hab, kann ich euch nur bestimmen Er bewacht es wie sein eigenes Ich hab eine Zeitbegrenzung Sie hat sogar eine Zeitbegrenzung, Freunde Aber ich weiß, es gibt Schlingel da draußen Ich kenn euch gut genug Ja, du hast auch angesprochen, Gottkann Ich kenn euch gut genug da draußen Ihr seid Schlingel Und deswegen muss ich immer regelmäßig kontrollieren, wer da so schreibt Und ich bin heute wieder gespannt, was ich heute wieder Ahhhh Weil er darf heute mein Handy durchsuchen Oder er darf, besser gesagt, alles mit meinem Handy machen, was er will Was ich will Für über 10.000 Likes für weiter solche peinlichen Minus von uns Ich würde sagen, Daumen nach oben Abonniert auf jeden Fall alle jetzt Und folgt uns auf Instagram Ich heiße du dort Sadieprod Ey, yo, yo, yo Ich heiße da Nora Selzy mit 2y Mit 2y Und auf Snapchat heiße ich auch Sadieprod I'm in the ghetto Ratatata 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 Die Schnauze Also Nora, entsperr dein Handy Das wird peinlich Ich spüre es förmlich Iphones, stabil Läuft bei dir, ne? Wollte ich schon mal sagen, ne? Und ne weiter Wir sind auf dem Home-Bildschirm Bis jetzt ja noch nicht so krass ist Was? Was das denn? Ahhhh Oh f*** Leute, nicht wundern Das hat sie gerade gemacht, wo ich umgezogen habe Scheiße, das ist ja peinlicher für mich Was denn? Ich bin bei meinem Ernst, ist so kalt Menschen sind falsch Ich bin zu meiner unten, ja Da schreien diese Hunde in die Brüder Äh zu Äh zu Äh zu Menschen sind falsch He's so cute He's so sweet He's so handsome He's so cool He's so hot Ruf die 1 hat 0 Es geht um die Straftat Und meine Ex, die mir meines getan Ruf die 1 hat 0 Es geht um die Straftat Was das denn für einer? Ruf die 1 hat 0 Es geht um die Straftat Prinzessin, komm mal her Ich liebe dich so sehr Eilelele Eilelele Eilelelele Was? In der Galerie hat es zum Glück auch nicht so krasse Dinger, Freunde Aber, ich spür schon, wenn wir in diese Abteilung gehen, wird es kritisch Und Freunde, ich sage, wir starten direkt harde Instagram Ich wollte jetzt alle auch nochmal Instagram DMs von Nora sehen Hast du jetzt eigentlich deine Konsole? Nee, du Bauer Abgesendet Ich darf ja machen, was ich will, Freunde Das ist gemein Ja, das kannst du gleich auflösen Gehen wir mal auf die Anfragen Guck mal, heute sehen wir ja 99 plus Hey, kannst du mir eventuell zurückschreiben? Ja, aber nur in deinen riesigen Träumen Ah Wieso brichst du mit den Jungs auf Snapchat Flammen ab, Larissa? Ist doch gut, ne? Das ist auch gut Weil ich es Weil ich Gouda Fuck, nicht bloß Weil ich Gouda-Gese liebe Hey, heiße Warum denn? Warum denn Bauer? Hey, heiße Bia, können wir Kontakt aufhauen? Hey, heiße Nora Kannst du Einfach mal Die Fräse halten Die Fräse halten Oh, das ist hart, das ist hart Okay, das ist hart Das ist hart Das ist hart Schau dir vor, Leute, ihr wollt ihr diese Landung machen? Die Fräse erhalten hast du Oh, fuck Stellt euch vor, ihr wollt so diese Landung machen Ein bisschen, was richtig beim Mädchen ankommt Schreibt so Hi, heiße so und so Können wir Kontakt aufbauen? Und die Antworten wäre immer nur so Hey, heiße Nora Kannst du einfach mal die Fräse halten? Können wir Kontakt aufbauen? Warum haben wir alle Kontakt aufbauen? Have you a boyfriend? Have you a boyfriend? Alter Digga Was ist das denn? Das ist so aus dem Internet Bruder Bruder Geh mal weg Danke So, weiter geht's Dann haben wir hier Hi, bin ein Fan von euch Hi Ich bin auch ein Fan von mir Ey, du bist voll Nur mal hübsch und feier dich und deine Bros wohl Ich feier Goudakäse Lecker, lecker Peinschmecker Riecht peinlich Warum soll man allen auflösen gleich noch? Richtiges Liebesgeschäftnis Ich liebe dich Falschgeschrieben Schlippetisch 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 Ja Hey, hab eine Frage Hey Hab keine Lust zu antworten Ui Ui Alter, Nora ist schon gemeint Was denken sich die Leute? Du bist gemeint Ich schwöre ich bin vernünftig Ich will nicht diese anderen sein Die dich direkt Kann man Kontakt aufbauen schreiben Marvin versucht halt diese so Ich bin anders Ich bin nicht so einer Du bist so einer Punkt So, okay Wir haben jetzt schon die ganzen Fuckboys Außer Die Endsektion wegbekommen Nein Okay, hier sind auch voll viele Hier sind wieder voll viele Schau den Videos von deinem Bruder Wollt fragen wie alt du bist Zu alt für dich Alter, was denken die sich alle Abonaut Wir wollen auf Instagram aber noch was nicht peinliches raushängen lassen Wir gehen in die Storyfunktion Du machst jetzt ein Selfie bitte Du machst ein Na Nein, nein, nein Nein, nein, nein So anscheinbar sein Und jetzt Schreiben wir der Runde Erstmal Moin Leute Ich liebe Gouda Käse So sehr Und Gleich Erstmal Ne Runde Fahrradfahren Mit der Gag Gleich erst mal ne Runde Ich fahre ich fähre mit der Gag Mit der Gag Oder was Alter Läs Ich spiel nicht Drei 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 Dwei Eins Ai Ai Mach bi fachsengibbisch Gas Für die Gag Und das ist ganz normal Das kann einiges Doktor Du Du Leute Toll Da War nur spaß Mach auch Audio Bis im Bis im Okay, jetzt denkt ihr, sie will doch was. Fest geht, Applied. Nein, was geht ab, Bro? Du bist, äh, ja, wir dringern ab ein Video, das sei. Freunde, aber wir haben noch nicht alles abgecheckt. Instagram macht schon grüßlosig, warum denn, Bauer? Snapchat ist also nur ein Mädchen, okay? Nur, da glaube ich dir immer. Ja, das ist ja auch nur ein Mädchen. Mann, mach das raus. Was? Mann, das ist toll, mach das raus, Mann. Ist das immer noch in der Story drin, Freunde? Was ist das? Wie viel hast du gesehen? Mann, lass dir das, Mann. Das war 35, wenn du gesehen. Mann, du bist so hitzlich. 35, ich hab's gesehen. Ich löse das gleich in der Story auf, ne? 35, ich hab's gesehen, Freunde. 35, ich hab's gesehen. Und darunter voll viele Freunde von mir, Mann. Das ist schon gut feindlich. Das ist schon gut feindlich. Oh, Beste, Freunde. Wollt ihr mehr davon, Leute? Danke, dass du bist so toll. Und so muss go-lo-lös. So ein Blick eines Tigers. Tigels. Tiger. Okay, eher wie ein Biber. Alter, was denkt sich Christian? Leute, wenn ihr wollt, dass Nora mal mein Handy stalkt, dann wie gesagt, wie viele Likes wollen wir? 10.000. Dann kommt das vielleicht sogar echt auf Ihrem Kanal. Deswegen, Leute, 10.000 Likes. Wir haben letztes Mal gesagt 7. Ihr habt's geschafft. Wir haben ein neues Video gedreht. Wenn ihr 10.000 Likes hast, Freunde, dann kommt das nächste Video, wo sie mein Handy stalkt. Also, was ich gefallen habe, Freunde, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt uns schon auf Instagram. Vielleicht kommt ihr auch mal so ein Video. Ich heißt dort ZeddyPort, sie, Nora, Stacey mit zwei Y. Freunde, ich kann auch nicht mehr so viel reden, weil das schicht echt hinten rein, Alter. So ein Dreck, diese Zahnklamange. Deswegen, Leute, ähm... Ego, ich krieg schon Nachrichten. Alter, es kommt schon die Nachrichten. Was? Was? Ich bin so Muskelist. Always stay fresh und... Niemand muss mich jetzt gegenwachsen beim Ziehen. Boah, hey. Oh, Spaß.